hola was geht was geht was geht neues video wir sind immer noch bei der jazzseek album reaction 17.09 immer noch dabei ordentlich songs schon gehört ein bisschen früher ein bisschen später wie auch immer ist ja scheißegal aber jetzt kommen wir zum vierten song band over das ding soll ja richtig gut sein wie gesagt habe ich ja in der wo du reaction schon gesagt ich habe mitbekommen dass das ding richtig durch die decke geht oder durch die decke gegangen ist durch irgendwie so stories tiktoks und was auch immer deswegen bin ich da sehr gespannt ihr wisst wo du für mich bis jetzt der beste song bin gespannt was band over kann gehen rein let's go okay die melodie ist schon die ist schon sehr geil aber die kommt mir irgendwie bekannt vor von irgendeinem song oder also so eine ähnlichkeit von irgendeinem song weiß ich nicht ob das ein ami song ist oder ein deutscher song aber okay hört sich geil an hört sich geil an ne junge ja okay der wie der beat ist schon mies geil dazu ne und jazzseek da wieder gut am durchdrehen also ich kann schon verstehen warum das in diese richtung von wegen gehyptester song ist okay okay kommen nicht klar wenn sie weg ist goldbraune haut ihre haare sind gelockt ihre mutter ist aus lag und sie fahrt aus beijing ja sie will mich wiedersehen ich verneine ich die ex will sie wieder doch ist ein feitling sie ist ne 11 und 10 ohne wenn und aber hat jeden weggeboxt sehr zu nah kann sie gehört nur mir ich weiß ich kann sie nicht besitzen aber trotzdem ist sie mein ziel body und fleek ich spüre den neid denn alle da draußen wären gerne wie wir zwei alle wären gern so wie wir zwei ich glaube so musst du dir das auch öfters mal einreden so wenn du ein bisschen in deiner beziehung so ein bisschen am kriseln ist oder so oder wenn du denkst okay irgendjemand labbert scheiße über dich über eure beziehung einfach das denken einfach da durch pushen alter aber ich muss ehrlich sagen der flow den jazzseek da raushaut ist geil so diese pausen die da reinhaut so nach in den lines ist geil das mal macht das schön okay 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 verstehe verstehe ey das das ist wieder das was ich hier so gerne bei jazzseek liebe oder bei vielen künstlern ne dieses dass diese dass die hook in in dich hineingeht dass sie dass sie irgendwas mit ihm macht und das macht ihr einfach das wieder dieses high gefühl es hat so es hört sich einfach so geil an halleluja aber auch der auch die melodie im hintergrund wenn man so diese diese sounds die da manchmal reingespielt werden geil wie kann man wie ey ich find's geil so man merkt einfach so diesen spaß den jazzseek auch hat ne wenn er wenn er seine 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 stimme länger sieht und sowas das ist geil mein baby maggie bendo war während ich hier gebe ruft der ex aufs cell phone an er macht der vater wohl nie im bendo war nie im bendoza wie ist es aufs draht wenn man manchmal nichts zu essen hat doch diese zeiten sind jetzt hinter uns heute sitzen wir im restaurant am besten platz diesen sound meine ich der ist so geil der kommt der kommt einfach geil dazu ich weiß ich kann sie nicht besitzen aber trotzdem ist hier mein ziel body auf fliege ich spüre den neid denn alle da draußen wären gerne wie wir zwei wir nehmen taxi during the drive baby girl der weg ist nicht mehr weit machen love all night hotelzimmer sieben für zwei mein baby wenn diese hoch anfängt mehr und diese diese mehrere stimmen kommen hey es hängt schon wieder so an ich krieg schon wieder gänsehaut weil sich das einfach so geil anhört ne halleluja boah boah mit dieser melodie da im hintergrund ne dieses piano was das spielt geil wenn es überhaupt ein piano war jetzt am ende aber ich glaube ihr wisst was ich meine ich meine ich stehe es ja ich stehe ja sowieso gerne da drauf wenn artisten die eine gute stimme haben richtig schön musikalisch am ende noch mal durchdrehen noch mal ein bisschen lang ziehen bisschen ihnen spaß zeigen also ich nenne es immer ja ähm spaß haben von den artisten weil es kommt für mich einfach so rüber so dieses lang ziehen es macht noch mal diesen song noch mal ein bisschen geiler länger smoozer einfach geiles teil also wie gesagt also ich kann verstehen warum das ding so gehypt ist gar keine frage weil es hat halt ein geiles feeling was du davon kriegst einen geilen vibe ähm aber ich muss ehrlich sagen für mich ist voodoo immer noch besser das ist halt so die sache auch hier wieder muss ich halt wirklich wieder sagen ja ist ein bisschen kurz so aber diese hook die zerreißt halt alles ne du kommst in ganze du kriegst so ein krasses feeling du kriegst so einen geilen vibe eingedrückt das ist hammer also ich muss ehrlich sagen richtig geiler song kann verstehen dass er so gehypt ist oder gehypt war wie auch immer aber ist jetzt nicht so dass ich sage okay das ist ganz sicher Nummer eins song von dem album aber Nummer zwei auf jeden fall oder er ist mit auf eins sagen wir es so er ist mit auf eins aber ich bin gespannt was noch kommt welche songs wir noch haben wir werden sehen bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen tag verliert euer lächeln nicht und dann sehen wir uns hoffentlich bei dem nächsten sommer hier tschau tschau